hallo und willkommen zu einer neuen folge hordenjagd diesmal die horde beim cascade highway oder das hirchen im vergleich zu dem was wir da ja schon alles erlegt und besiegt haben ist ja so eine mini horde witz oh nein bleibt doch stehen hallo ich will dir helfen was machst du ich bin jetzt schon auf den geist das ist ein bisschen das ist es so eine die 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 Du Sackgesicht! Alter, was war denn das gerade? Ja, dir werd ich nochmal helfen, Arschloch. Und der Ton klappt auch noch nicht. BR90 folgen und die Technik ist immer noch am Arsch. Den habe ich jetzt extra zu Ada geschickt, weil er mich so verarscht hat. Gut, dann muss ich da mit dem Bike hinfahren. Ich möchte mal wissen, wer ein lebenden Freaker da oben runterbaumeln ist. Wer sich die Mühe gemacht hat, den da aufzuhalten. Ja, toll. Ich habe doch R1 gedrückt. Ey, wenn ich die Horde jetzt nicht angelockt habe, weiß ich auch nicht. Das ist die Höhle, wo da an der Wand ist, glaube ich. Das ist die Höhle, wo da an der Wand ist, glaube ich. Ob, wie viele sind das denn? Nee, ich schlau gerade hoch. Das ist die Höhle, wo die Foto kommen. Das war das. Wie viele sind die Handlesticksal? Das war neugierig. Das war das. Schöne Hausbeute. So, wir haben jetzt fast die Hälfte aller Horten erledigt. Moment, das werden wir jetzt so machen, ich werde da jetzt ausnahmsweise hinfahren, weil da ist nämlich noch ein Schild zum Sammeln, das will ich haben. Oh, Schildsniper. Oh, Schildsniper auf der Straße. Was ist hier los? Oh, Schildsniper. Oh, Schildsniper. Oh, Schildsniper. これ ist hier. Hatsi, Ihr best! Huh. Herrlich, mich schildsniper. Oh, Schildsniper. Ja, einer von uns! So geht das, Leute. Danke. Die haben vielleicht noch ein bisschen was für mich dabei. Das sah nach einem harten Aufprall aus. Hat er aber auch verdient. Ah, mein schönes Bike. Wie viel Schritte habe ich denn dabei? Zwölf. Gut oder falsch. Echt gut, das schau. Das ist doch geklappt. Oh. 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 einer der Punkte ist, nach denen ich suchen sollte. Oh, ne Minihorde, wie süß. Und was zum Einsammeln. Ich finde es schade, dass die Storyline, mit dem wir sprengen den Tunnel nicht mehr aufgegriffen wird. Das ist alles etwas, was ich einsammeln kann. Und zeitlich reicht es noch, würde ich sagen, für eine Minihorde. 1900, 1200, 1200, ist bestimmt irgendwo eine Horde, die mir nur 550 anbringt. 3500, ja, das sagt ja einiges über die Größe aus. Ich glaube, eine 500er wird da nicht mehr sein. Gut, dann werde ich jetzt noch eine 1200er jagen. Ich glaube, das ist das eine 500er jagen. So wird da nichts angezeigt. Ich glaube nicht, dass die in den Höhlen sind. Sie sind in den Höhlen. 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 Sie sind in den Höhlen.